Windows 10 Startmenü in Windows 11 nutzen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Ich habe mir vor einigen Tagen Windows 11 installiert. Und ich habe dieselbe böse Überraschung erlebt, wie viele von Ihnen, die das gleiche getan haben. Denn als ich Windows 11 installiert hatte, war mein Startmenü weg. Ich hatte keinen Überblick mehr über meine Programme, über die Software, die installiert war, und hatte keinerlei strukturiertes Menü mehr. Schauen Sie mal hier. So sah mein bisheriges Windows 10 Menü aus. Ich hatte ein Vollbild Kachelmenü. Das Kachelmenü war unterteilt in verschiedene Gruppen. Und in den Gruppen hatte ich jeweils die entsprechende Software, die zu diesen Gruppen gehört. So hatte ich einen sehr schönen Überblick über meine Programme. Ich konnte sofort das richtige Programm auswählen und wusste auch, welche Software ist auf meinem Computer eigentlich installiert. Das war gar nicht so einfach bei so vielen Programmen. Nachdem ich Windows 11 installiert hatte, sah die ganze Sache dann so aus. Anstelle des Startmenüs finden Sie dann unter den Startbutton lediglich ein solches Menü aufgeteilt in unterschiedliche Seiten. Sie können keine Gruppen bilden. Es ist mehr so angelehnt an die typischen Handymenüs. Also das hier ist dann der Startbildschirm und Sie können dann noch, wenn Sie möchten, auch auf alle Apps und können dann auf die gesamten Apps hier, auf sämtliche Apps, Ordner und so weiter zugreifen. Also Überblick sieht anders aus. So ein PC ist kein Handy. Was soll also hier eigentlich so eine Handy orientierte Benutzerführung? Das ist völliger Quatsch aus meiner Sicht heraus. Ein PC, da wird anders als die meisten Handys für produktive Zwecke eingesetzt. Das heißt also, hier habe ich viele verschiedene Software drauf. Entsprechend meinen Aufgaben will ich die richtige Software auswählen. Manchmal habe ich auch eine Aufgabe, wo ich mal schauen will, welches ist denn die geeignete Software, wenn ich viele Programme auf meinem Rechner installiert habe. Und da fehlt mir hier jeglicher Überblick. Und deshalb habe ich gesucht nach einer Möglichkeit, wie kann ich mir den Überblick, den ich unter Windows 10 hatte, auch in Windows 11 wieder verschaffen. Das heißt also, wie kriege ich hier meine Kacheln oder irgendein anders geartetes Menü, was es mir ermöglicht, meine Programme ähnlich strukturiert darzustellen wie unter Windows 10 hier in Windows 11 hinein. Deshalb habe ich mal ein wenig recherchiert, um zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn da in Windows 11, notfalls auch mit externen Tools, hier wieder etwas mehr Überblick hinein zu bekommen. Im Idealfall das Kachelmenü von Windows 10 mit seinen Gruppen hier wieder herstellen zu können. Und da ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat, gibt es schon einige Anwendungen, also Zusatzprogramme, mit deren Hilfe das Windows 10 Menü wieder herstellbar ist, beziehungsweise ein ähnliches strukturiertes Menü generiert werden kann. Ich habe mal geguckt, was es da so gibt und ich möchte Ihnen meine Wahl in diesem Video vorstellen. Wenn Sie auch wissen möchten, was ich mir da ausgesucht habe, dann bleiben Sie einfach dran. Gleich geht es weiter. Und da sind wir auch gleich bei meinem Favoriten. Nun ist dies ja ein Update, wie Sie am Titel dieses Videos erkennen können. Das heißt also, mein Favorit hat sich noch einmal geändert, aufgrund von verschiedenen Informationen. Bisher war mein Favorit der Explorer Patcher. Das war ein sehr schönes Tool, das hat automatisch die bisherige Windows 10 Kacheloberfläche, dieses bisherige Windows 10 Kachelmenü wieder hergestellt. Das heißt also, hatte man Windows 10 drauf und man hat dann auf Windows 11 abgegradet und das Kachelmenü war weg. Dann hat man dieses Tool drüber installiert und das hat das bisherige Kachelmenü aus den noch vorhandenen Einstellungen wieder hergestellt. Aber leider habe ich zusätzliche Informationen bekommen, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich doch von diesem Tool abrücke. Die will ich mal ganz kurz schildern. Da gibt es nämlich folgenden Beitrag auf deskmodder.de. Explorer Patcher, Valinet beendet, in Klammern derzeit das Projekt. Und wenn man da mal etwas weiter reinliest, dann liest man Dinge, die dann doch ein bisschen Unsicherheit verbreiten. Valinet selbst, also der Entwickler, schreibt, ich habe den Lernprozess in diesem Bereich abgeschlossen. Das Thema interessiert mich nicht mehr so sehr. Ich möchte neue Bereiche erforschen. Ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, das für immer aufrecht zu erhalten. Dazu kommt noch eine Information hier unten drunter. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt und natürlich, wie lange Microsoft die alten Systemdateien für die Taskleiste noch im System hält. Das bedeutet also, einerseits hat der Entwickler keine große Motivation mehr, das Projekt fortzuführen. Andererseits baut dieses Menü auf den alten DLLs für das alte Windows 10 Menü auf, was momentan noch in Windows 11 mitgeführt wird, wo man davon ausgehen kann, dass das ja auch nicht ewig sein wird. Und jedes Mal, wenn irgendwo in Windows eine Änderung in diesem Bereich durchgeführt wird, dann ist der Entwickler, weil das Tool eben so tief in Windows eingreift, immer gezwungen, Anpassungen zu machen. Das heißt also, finden von Windows aus, von Microsoft aus entsprechende Änderungen statt, besteht die Gefahr, dass die bisherige Version dieses Menüs erst mal nicht mehr oder eingeschränkt funktioniert, solange bis das nächste Update da ist. Das Ganze ist mir irgendwie ein bisschen zu unsicher, denn ich möchte eine stabile Lösung, die ich einmal installiere und die dann auch funktioniert. Und aus dem Grund habe ich mich nochmal umgeschaut, deshalb jetzt dieses Update. Und nun kommen wir wirklich zu meinem neuen Favoriten. Mein neuer Favorit ist das Tool Startelf von Stardoc. Leider nicht ganz kostenlos, kostet aber auch nur wenig. Also ich denke, das ist die Investition wert. Kommen wir später noch dazu. Schauen wir uns erst mal an, was dieses Tool alles kann. Stardoc tut hier selbst einen Trailer, also ein Vorstellvideo publizieren, wo in einer Minute gezeigt wird, was dieses Tool alles kann und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen. Da schauen wir mal kurz rein. So, Sie sehen also hier die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir kommen dann gleich noch dazu, dass Sie auch sehen, dass das alte Karrelmenü wiederherstellbar ist. Sie können aber auch genauso gut ein Menü, was so ähnlich wie Windows 7 aussieht, wiederherstellen. Ja, hier sehen wir erst mal diese, hier sehen wir das typische Karrelmenü mit verschiedenen Farben. Also da kann man alles wiederherstellen, so wie es in Windows 10 war oder wer möchte auch in Windows 7. Gegenüber dem Explorer-Patcher hat es allerdings einen Nachteil. Gradet man ab von Windows 10 auf Windows 11, dann hatte der Explorer-Patcher den Vorteil, das alte Karrelmenü, logischerweise, weil es auf dieselbe Datenbasis aufgesetzt hat, automatisch wiederherzustellen. Hier dieses, dieses Tool Start 11, das hat eine eigene Datenbasis und es besteht aus diesem Grund keine Möglichkeit, das alte Startmenü automatisch wiederherzustellen, sondern man hat erstmal ein ziemlich leeres Menü und dieses Menü muss man dann ganz einfach selbst wieder aufbauen. Das muss man einmal machen, diese Arbeit muss man sich einfach machen. Aber dafür ist dieses Tool eben relativ unabhängig von irgendwelchen Anpassungen in Windows, da es wie gesagt seine eigenen Programme, seine eigenen DLLs und auch seine eigene Datenbasis hat. Wie gesagt, ganz kostenlos ist es nicht. Die Preise findet man hier. Das sieht man also für 7,99 Euro bekommt man hier eine Einzelplatzlizenz und das ist kein Abo, sondern das ist ein einmaliger Betrag. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das Geld wert, wenn man ein ordentliches Menü haben möchte. Übrigens die Links zu der Homepage, beziehungsweise zu den YouTube-Videos über dieses Tool, sowie auch die Links zu allen anderen Tools, die ich jetzt gleich noch kurz zeigen werde, die packe ich wieder in eine Textdatei. Und die Textdatei stelle ich zum Download im zugehörigen Blogbeitrag. Adresse finden Sie unter dem Video zur Verfügung. Hat man sich dieses Menü dann einmal eingerichtet, dann kann es zum Beispiel so aussehen. Sie sehen jetzt hier mein Menü, wie ich es auf meinem PC habe und ich habe es mir wieder im Windows 10 Look eingerichtet mit meinen Gruppen und den darin befindlichen Programmen. So habe ich für mich den besten Überblick. Über ein Konfigurationsprogramm, welches mit Start11 installiert wird, können Sie dann dieses Menü auch flexibel anpassen. Haben Sie ja eben schon im Video gesehen, das gucken wir uns auch nochmal an. Das Konfigurationsprogramm heißt also auch Start11. Und Sie sehen hier, hier können Sie sich also, wie Sie es schon im Video gesehen haben, den Menüstil auswählen. Sie können sich hier Ihr Symbol auswählen. Sie können die Taskleiste konfigurieren. Sie können die speziellen Suchoptionen konfigurieren und so weiter und so fort. Da haben Sie also dann hier die Möglichkeit für die jeweilige individuelle Anpassung. Auf zwei weitere Tools möchte ich noch hinweisen. Das eine Tool ist das Startmenü X. Sie sehen das hier am Bild. Sie können mit Startmenü X, also ein Menü so ähnlich, wie wir das von Windows 7 her kennen, wiederherstellen. Wem das besser gefällt, der kann natürlich gerne dieses Tool nehmen. Dieses Tool gibt es in einer kostenlosen Version. Und man kann auch upgraden auf eine kostenpflichtige Version, die dann noch einige Funktionen mehr hat, wie zum Beispiel virtuelle Ordner und so weiter und so fort. Das heißt, man kann ja erst mal mit der kostenlosen Version anfangen und kann dann mal schauen, ob die Funktionalität ausreicht. Für die meisten wird es, denke ich mal, genügen. Und wem das nicht genügt, der kann halt entsprechend upgraden und dann die kostenpflichtige Version kaufen. Hier sehen wir den Preis. Also für zwei oder mehr PCs 7,99 Euro pro Lizenz und ansonsten einmalig 9,99 Euro. Hier sehen Sie auch nochmal die Funktionsunterschiede und können dann entsprechend vergleichen, welche Version Ihnen hier lieber ist. Aber wie gesagt, die Freeware, die hat ja schon fast alles. Und damit kann man dann erst mal anfangen. So, das Dritte, was ich Ihnen noch zeigen möchte, ist die Open Shell. Die ist völlig kostenlos. Es ist eine Weiterentwicklung der sogenannten Classic Shell, die werden einige von Ihnen kennen. Die Classic Shell war relativ weit verbreitet bei Windows 10. Als Windows 10 eingeführt wurde, kamen viele mit diesem Kachelmenü nicht zurecht und haben sich ihre alte Oberfläche von Windows 7 wieder gewünscht. Und die Classic Shell, die hat das geboten. Die kostet nichts. Die kann man auch verwenden, wenn man ein Windows 7 ähnliches Menü wiederhaben will. So hat man wenigstens mithilfe von einigen Zusatztools die Möglichkeit, den Gebrauchswert des Betriebssystems halbwegs wieder herzustellen und sich die Menüs wieder vernünftig zu gestalten und wieder einen vernünftigen Überblick über seine installierte Software zu verschaffen. So, für heute soll es das gewesen sein. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.